Und zwar gibt es wieder einmal Leaked News Beziehungsweise Bilder und Videos zu GTA 6 Dieses Mal laut Experten soll es real sein Und deswegen seht ihr es bei mir natürlich nicht Aber unter dem Video habe ich Links, wo ihr euch das alles anschauen könnt Einmal mit deutscher Beteiligung, dass da Leute drüber quatschen Ob es real ist oder nicht Mit Fachleuten und einmal das Original, wo man die Bilder halt sieht Und da ich auch stark davon ausgehe, dass es real ist Kann ich es hier auch einfach gar nicht zeigen, weil Roxanne natürlich Strikes raushauen würde Und deswegen nur ein Infovideo dazu Ich wünsche euch viel Spaß damit Schreibt gerne unter das Video, wenn ihr euch das irgendwo angeschaut habt Was ihr davon haltet, ob es real ist Ihr müsst bedenken, es ist anscheinend von 2019 Da war es natürlich noch in der Vorproduktion Und deswegen ist es da auch noch nicht komplett ausgearbeitet Aber man sieht grob, dass es quasi Vice City sein soll Und dass es auch einen weiblichen und einen männlichen Charakter geben wird Ja, wie gesagt, viel Spaß dabei Schaut es euch an Oder wenn ihr euch die Laune bzw. die Vorfreude darauf nicht nehmen wollt Schaut es euch lieber nicht an Ansonsten würde ich sagen, ohne euch bin ich nichts Nur zusammen sind wir mitgeheh BLEU